Heute Nacht hat es wieder gut gerappelt, einige starke Fische kamen auf unsere Habenseite und es erreichen mich immer wieder Fragen eurerseits, welches Vorfach eigentlich verwendet werden soll. Mono oder geflasht? Ganz einfach, monophiles Vorfach setzt ihr ein, wenn ihr eine starke Strömung habt. Große Köder, hindernisreiches Wasser, wie zum Beispiel eine Steinpackung. Geflochtenes Vorfach kommt zum Einsatz, wenig Strömung, stehendes Wasser, kleine Köder, sensible Fischerei. Dann seid ihr immer bestens beraten. So einfach kann Wallerangeln sein. Viel Erfolg euch allen!